Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Wir testen heute die unterschiedlichen Kerntemperaturen für das perfekte Steak. Ich werde euch dabei erklären, wie bekommt ihr euer Steak auf die Kerntemperatur, die ihr haben wollt, also eine kleine Anleitung, wie ihr das perfekte Steak grillt. Und natürlich werde ich euch auch die charakteristischen Eigenschaften der Steaks beziehungsweise der unterschiedlichen Kerntemperaturen beschreiben, so gut ich das eben kann, damit ihr für euch mal so einen kleinen Hinweis bekommt, okay, wie wollt ihr euer Steak vielleicht zubereiten und mit Hilfe der Anleitung in diesem Video könnt ihr das dann auch direkt nachmachen. Los geht's! Unser Ausgangsprodukt dafür ist heute ein wunderschönes Entrecot, was ich jetzt schon mal in sieben Rib-Eyes runtergeschnitten habe. Am Rib-Eye, Rib-Eye ist übrigens hier dieser Muskel in der Mitte, nicht das Fettauge. An diesem Rib-Eye werden wir nachher die Kerntemperatur bestimmen, damit wir das auch schön anschneiden können. Und wir werden von Rare, und zwar unter 50 Grad Celsius bis hin zu Well Done, und zwar extremen Well Done. Davon rede ich wirklich überkocht. Werden wir das Ganze ausprobieren. Und alles eben dazwischen. Ich werde euch dabei gleich erklären, welche Temperaturen Rare sind, Medium sind, Well Done sind und eben auch dazwischen sind. Und jetzt starten wir aber erstmal damit, wie wir die ganzen Steaks zubereiten. Für die Zubereitung nutzen wir heute unseren Rösle Videro G4S. Ich habe euch schon mal ein sehr ausführliches Video darüber gemacht, wie man Steaks zubereitet. Damals war der Kanal noch sehr, sehr klein. Damals hatten wir, glaube ich, so 1.000 oder 2.000 Abonnenten. Das heißt, das Video ist auch schon ein bisschen älter. Die Qualität ist nicht so hochwertig, wie sie das heutzutage ist. Und sie wird noch viel hochwertiger, weil treue Abonnenten dieses Kanals, übrigens Dankeschön für über 40.000 Abonnenten, jetzt die innerhalb eines Jahres dazugekommen sind. So ungefähr ein Jahr seit dem Steak-Video ist nämlich vergangen. Und wir sind jetzt nicht mehr bei 1.000, 2.000 Abonnenten, sondern bei über 40.000. Und damit die Videoqualität weiterhin immer noch besser wird, denn wir versuchen uns hier jeden Tag zu verbessern, haben wir gerade ein ziemlich großes Gartenprojekt am Laufen. Davon mal ein kleiner Einblick hier. Gibt es auch eine Videoreihe zu, auch die gerne auschecken. Und wenn euch das weiterhin interessiert und ihr auch daran interessiert seid, weitere coole Videos, die immer besser werden, mitzuverfolgen und auch mitzubestimmen, was ihr hier sehen wollt und vielleicht euer Feedback dazulassen, damit wir uns noch weiter verbessern können, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir starten jetzt mit den Steaks und die werden wir vorwärts grillen. Vorwärts grillen bedeutet erstmal richtig scharf angrillen. Wir bringen eine Kruste da dran, das heißt ein Branding. Wir machen das hier auf unserer Prime Zone. Auf einer Prime Zone haben wir eine so brutale Temperatur, dass wir weniger ein Grillbranding, also ein Grillmuster erlangen. Vielmehr erlangen wir tatsächlich sogar schon eine Kruste. Diese Kruste bringen wir jetzt zu Beginn an das Steak ran, damit wir Röstaromen haben, die nachher auch wundervoll schmecken. Und danach legen wir die Steaks indirekt. Weil ich verschiedene Gartemperaturen jetzt erreichen möchte, fange ich mit einem Steak an, was nachher die höchste Temperatur hat und werde dann so alle drei bis fünf Minuten das nächste Steak auflegen, damit wir nachher unterschiedliche Kerntemperaturen möglichst zeitgleich fertig haben. Bevor ihr die Steaks angrillt, solltet ihr sie ein bisschen einölen. Jetzt hier ist es immer schwierig auf der Prime Zone das Rostfeuer anzuölen, weil sonst gibt es schnell Flammen. Da würde ich euch wirklich empfehlen, die Steaks an sich ein bisschen einzufetten. Das reicht schon von einer Seite. Während die Steaks dann auf der Prime Zone sind, könnt ihr sie von der anderen Seite auch noch einölen oder ihr lasst das. Meistens reicht es dann aus, wenn wir sie einmal drehen, dass die eine Seite angefettet war und dann bleibt auch auf der anderen Seite nachher nichts mehr am Rost kleben. Grillt die Steaks pro Seite auf einer Prime Zone so 30 bis 45 Sekunden maximal an und das zweimal pro Seite. Nicht 60 oder 90 Sekunden auf einer Seite lassen, weil das würde einfach schwarze Streifen hinterlassen. Das ist dann kein Branding mehr, sondern es ist einfach verbranntes Fleisch. Das ist einfach nur noch Kohlenstoff und das schmeckt nachher nicht so, wie es schmecken soll. Deswegen 2 x 30 bzw. 2 x 45 Sekunden, je nach Power eurer Prime Zone. Grillt ihr das Steak nicht auf einer Prime Zone, sondern auf dem Rost, dann 2 x 90 Sekunden. Wenn ihr die Steaks dann indirekt legt, indirekt bedeutet, ihr habt einen Brenner links, einen Brenner rechts an und die Steaks liegen mittig davon. Ich habe jetzt sehr viele, deswegen liegen sie sehr nah natürlich auch an die Mitte ran. Eins habe ich sogar unten aufs Rost gelegt, auch da liegt es indirekt. Wichtig ist nur, dass keine direkte Hitze unter den Steaks ist, damit diese jetzt in einer Garraumtemperatur von circa 120 Grad Deckeltemperatur auf ihre Kerntemperatur kommen können. Niedriger ist immer besser, weil ihr wollt ja eine Kerntemperatur, die sich irgendwo zwischen 50 und 60 Grad befindet und dementsprechend könntet ihr theoretisch auch mit einer Temperatur von 60 Grad die Steaks zubereiten, aber dann dauert es verdammt lang und viel besser wird es auch nicht. Geschmacklich merkt man den Unterschied nicht. Deswegen empfehle ich euch so 120 Grad, aber ihr könnt 100 bis 120 Grad irgendwie einpendeln, so wie euer Grill das am besten natürlich dann schafft. Dann brauchen wir, um das perfekte Steak zu kriegen, auf jeden Fall einen Kernthermometer. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die sagen, nö, ich brauche das nicht, dann ist das für die Leute auch in Ordnung. Ich persönlich brauche einen Kernthermometer, denn ich will mein Steak eben auf einer exakten Kerntemperatur haben, weil genau so mag ich das. Und heute für das Experiment geht es sowieso nicht anders. Und ihr seht heute, ich habe sogar zwei Thermometer mit jeweils zwei Messsonden. Ich kann euch auch nur empfehlen, Kernthermometer kann man nie genügend haben. Sobald ihr mal eine Grillparty habt und ihr müsst mehr als zwei Steaks grillen, wird es mit zwei Kernthermometern schon so ein bisschen unsicher. Dann denkt man sich, ja gut, ist das andere jetzt wirklich so und dann steckt man die ständig um und das ist nervig. Also kleiner Tipp von mir, kauft euch Thermometer mit mindestens vier Messsonden, bedeutet jetzt von diesen Thermopros zwei Stück. Die könnt ihr übrigens, die Thermopros, bei uns im Shop kaufen. Nicht nur ein unfassbar gutes Thermometer zum Spitzenpreis, sondern ihr könnt damit auch noch diesen Kanal ein bisschen unterstützen und der Preis ist wirklich gut, ihr dürft den gerne vergleichen. Unsere Steaks sind fertig. Jedes Steak braucht immer leicht unterschiedlich lang. Das hat damit zu tun, dass die Kerntemperaturen zu Beginn schon sehr unterschiedlich sind. Das hat damit zu tun, dass eben auch die Steakdicke nicht 100 Prozent exakt dieselbe ist und somit sind auch diese Steaks hier unterschiedlich schnell fertig geworden. Damit wir das aber gut vergleichen können, habe ich alle Steaks dann noch mal ruhen lassen, so dass alle Steaks schon ein bisschen abgekühlt sind. Ich muss also gleich leider kalte Steaks essen. Dafür kann ich euch richtig schön viel erklären und ein schönes Beispiel hier zeigen. Wir haben nämlich unsere Steaks von Rare zu Weldern jetzt hier einmal sortiert. Kommen wir kurz zur Einordnung. Wann sprechen wir von Rare, Medium und Weldern? Wir haben jetzt hier drei Steaks bis 55 Grad Celsius. Da sprechen wir von Rare bis Medium Rare. Dann haben wir Steaks zwischen 56 Grad und 60 Grad Celsius. Da sprechen wir von Medium bis Medium Weldern. Und dann haben wir Steaks über 60 Grad. Da sprechen wir von Weldern. Genauer gesagt für unsere Steaks, die wir jetzt hier haben, exemplarisch, bedeutet, dass wir haben hier ein extremes Rare mit 48 Grad, also unter 50 Grad Celsius. Das ist so das niedrigste, was man normalerweise macht bei Steaks. Alles darunter ist quasi roh. Dann haben wir glatte 50 Grad Celsius, 54 Grad Celsius. In unserem Medium-Feld haben wir einmal 57 Grad Celsius, eine sehr beliebte Kerntemperatur unter den Medium-Stake-Liebhabern. Dann haben wir einmal 60 Grad Celsius, ebenfalls noch Medium, bei vielen aber eben schon als Medium, Weldern verpönt. Dann haben wir 63 Grad. Das wäre das klassische Weldern. Und dann haben wir einmal 65 Grad als quasi das extremste Weldern. Wer noch darüber geht, der hat dann ein Steak, was nur noch immer trockener wird, aber nicht noch mehr durch. Wir haben jetzt hier tatsächlich eine relativ rötliche Färbung. Das liegt aber nicht daran, dass das Steak bei 65 Grad immer noch so rötlich ist, sondern einfach, dass das Steak jetzt schon mit dem Sauerstoff reagiert hat, weil es schon ein bisschen liegt. Wenn ich das jetzt hier aber noch mal neu anschneide, dann seht ihr, dass es tatsächlich relativ grau ist. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zu verkosten. Dafür nehme ich mir nur ein bisschen Salz und werde jetzt gleich hier Tranchen von abschneiden und werde euch dann erklären in Punkto Saftigkeit, Biss, Zartheit, aromatisch und so weiter. Wo sind die Vorteile? Wo sind die Nachteile? Was ist auch vom Mundgefühl her wie? Also bei Steaks der Stufe Rare geht es ja auch häufig darum, dass vielen sich das im Mund noch zu roh anfühlt vom Fleisch her. Und da werde ich euch beschreiben, welches Steak bei welcher Temperatur jetzt hier wie schmeckt. Beim Anschnitt konnte man jetzt schon einiges feststellen an der Struktur vom Fleisch. Noch bevor ich den bis jetzt im Mund habe, kann ich euch sagen, je mehr es Richtung Rare geht, desto weicher ist das Fleisch. Damit versuchen ja auch einige herauszufinden, wie weit das Steak jetzt auf dem Grill ist. Durch diesen Test hier, wie weit mein Steak ist. Das ist aber allerdings relativ unzuverlässig. Wenn ihr das wollt, kann man das auf jeden Fall trainieren. Und dann könnt ihr einfach das, was ich jetzt gemacht habe, ein paar Mal machen und einfach ein paar Mal experimentieren, ausprobieren und dann mit einem Kernthermometer nachmessen. Und irgendwann kriegt man tatsächlich da eine Routine rein. Ist mir persönlich aber viel zu aufwendig, weil ich kann einfach meinen Kernthermometer nehmen. Ich habe meine Ruhe, muss nicht permanent die Haube öffnen und nachgucken, wie weit das Fleisch ist, sondern es piept, wenn es fertig ist und dann ist auch gut so. Noch was hat man beim Anschnitt gemerkt und zwar war das die Saftigkeit vom Fleisch. Je mehr es in Richtung Rare ging, desto saftiger wurde es. Aber das Stück, was jetzt am meisten Rare war, also bei 48 Grad Celsius, war nicht das saftigste, sondern irgendwo so bei 52, 54, 52 waren alle ungefähr gleich saftig. Darunter hat sich nicht mehr viel mehr ergeben. Zumindest konnte ich das jetzt nicht optisch wahrnehmen. Probieren wir jetzt endlich das Stück, was Rare ist, bei 48 Grad Celsius. Es biegt sich relativ gut in der Hand, also so weich wie es sich anfühlt, scheint es auch zu sein. Ich beiße einmal rein. Es ist von bisher angenehm, aber es ist jetzt nicht so zart, wie ich das von einem Steak gerne hätte, weil es von den Fasern vom Mundgefühl her so ist, als hätte ich ein rohes Stück Fleisch im Mund. Also bei 48 Grad kann man wirklich noch sagen, das ist sehr nah an einem rohen Stück Fleisch dran. Es hat nur außen die Röstaromen. Die Saftigkeit ist vorhanden. Ob die jetzt besser oder schlechter ist, müssen wir gleich mal vergleichen. Aber ansonsten schmecke ich halt Röstaromen und ich schmecke rohes Fleisch, so vom Geschmack her und vom Mundgefühl. Kommen wir zu 50 Grad Celsius. Ob das schon ein großer Unterschied ist? Ich bezweifle es. Hier das Stück ist ungefähr genauso zart jetzt vom Gefühl her. Ist vom Biss tatsächlich aber schon anders. Hier habe ich nicht mehr das Gefühl, das ist ein rohes Stück Fleisch. Das ist schon deutlich weiter davon entfernt. Ich würde sagen hier, das fängt schon bei einem durchgegarten Steak an. Ist allerdings immer noch nicht ein Steak, wo ich sage, okay, das ist Medium. Es ist ja auch nicht Medium, sondern man hat noch dieses Gefühl von einem eher rohen Stück Fleisch im Mund, als von einem durchgegarten Stück Fleisch im Mund. Ansonsten sind aber alle Faktoren genauso wie gerade. Kommen wir jetzt zu 54 Grad Celsius. Auch hier müsste wieder ein großer Unterschied zu sehen sein. Gerade von 48 auf 50 war schon ein großer Unterschied. Auch das ein Grund für mich, einen Kerntherometer zu benutzen. Denn den Unterschied jetzt gefühlstechnisch zwischen 48 und 50, weiß ich nicht, ob ich den auseinanderhalten könnte. Vor allem ist der ja auch von jedem Steak so ein bisschen anders, je nachdem wie lang es gereift ist und so weiter. Da fließen viele Einflussfaktoren mit ein. Probieren wir 54 Grad. Ist vom Biss direkt noch mal was ganz anderes. Ich habe jetzt gar nicht mehr das Gefühl, das ist ein rohes Stück Fleisch. Es ist noch mal zarter geworden. Saftigkeit ist genauso vorhanden. Ich würde nur sagen, dadurch, dass es zarter ist, habe ich mehr dieses Gefühl davon, dass Saft aus den Zellen herauskommt. Und somit habe ich vielleicht sogar noch vom Mundgefühl ein saftigeres Stück Fleisch im Mund. Hier muss ich sagen, gefällt mir 54 Grad persönlich deutlich besser als 50 und 48. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Reingeschmackssache. Testen wir 57 Grad Celsius. Meine persönliche normale Kerntemperatur für Steaks. Auch hier das Fleisch immer noch genauso zart runterhängend. Vom an bisher noch zarter. Es ist jetzt wirklich so, dass ich die Fasern richtig schön mit den Zähnen durchdrücken kann. Das konnte ich bei 48 und 50 Grad nicht. Bei 54 fing es schon an. Aber das hier ist noch mal optimaler. Und wenn ich mir die Farbe angucke, sieht es auch richtig schön lecker, aromatisch aus. Und da muss ich sagen, 57 Grad. Mein persönlicher Favorit. Es verliert nichts an Saftigkeit im Vergleich zu 54 und 50 Grad Celsius. Es ist vom Anbiss her deutlich leckerer. Es ist wirklich ein Stück Fleisch, wo ich merke, da ist Temperatur dran gekommen. Das ist nicht roh. Es hat Röstaromen. Es ist saftig. Es ist zart im Anbiss. Einfach sehr angenehm. Kommen wir jetzt zu 60. Und ich weiß, jetzt so langsam werden die Ersten kritisch. So 60 Grad Celsius ist für die meisten schon übergarte Steak. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob es wirklich so schlimm ist. Hier muss ich sagen, ja, es fängt schon an, mehr Spannung zu haben, das Fleisch. Von Gefühl in der Hand. Schauen wir mal, wie es im Anbiss ist. Ich muss sagen, vom Biss her ist es gar nicht viel weniger zart und viel weniger saftig. Es ist ein Ticken weniger saftig, das muss man sagen. Es ist aber nicht viel weniger zart. Also vom Anbiss her ist es fast genauso gut wie 57 Grad Celsius. Also halten wir fest, über 57 Grad Celsius fängt es langsam an, dass es nicht mehr so saftig ist wie bei 57 Grad und da drunter. Aber der Anbiss ist immer noch sehr gut. Es ist immer noch sehr zart. Schauen wir jetzt mal, was passiert, wenn wir ein Steak bei 63 Grad haben. Hier muss man sagen, die Spannung ist schon deutlich stärker spürbar. Schauen wir mal, wie es im Anbiss ist. Es ist vom Anbiss nicht viel härter, aber es ist viel trockener. Also es ist wirklich deutlich trockener. Über 60 Grad scheint problematisch zu werden. Man muss lange kauen, man muss viel Speichel produzieren. Es ist einfach nicht mehr so ein Geschmackserlebnis wie 60 Grad und drunter. Das muss man wissen bei 63 Grad. Man hat auch nicht viel mehr das Gefühl von durchgebratenem. Doch man hat ein Gefühl von was durchgebratenem, weil es eben so trocken ist. Es ist vom Mundgefühl her. Von der Festigkeit des Fleisches und von der Konsistenz des Fleisches natürlich nicht wie ein Rohstückfleisch. Aber 57 und 60 Grad waren jetzt hiervon gar nicht weit entfernt, waren aber viel saftiger und aromatischer. Probieren wir die 65 Grad Celsius. Das Höchste, was ich mit Abstand je bei einem Steak gemacht habe, ist jetzt ein sehr dünner Streifen, deswegen auch hier ein bisschen weich. Aber ich merke jetzt schon, wenn ich mir das angucke, es sieht einfach trocken aus. Probieren wir es. Jetzt fängt es nicht mehr an, nur noch trocken zu sein, sondern es wird auch langsam so, dass ich sehr viel kauen muss, damit ich überhaupt die Fasern durchkriege. Also es ist auch überhaupt nicht mehr zart. Auch im Anbisher. Klar, ich komme leicht durch die Fasern durch, aber ich muss beißen. Ich kann nicht mehr drücken. Also 65 Grad kann ich nicht empfehlen. Es schmeckt auch immer mehr lebrig, je höher das Steak von der Kerntemperatur geht. Also so bei 63, 65 Grad hat es jetzt einfach nicht mehr so nach Steak geschmeckt, wie ich das gerne hätte. Der Geschmack hat sich tatsächlich auch verändert. Das kann ich persönlich nicht empfehlen. Wer das natürlich aber so mag, vollkommen in Ordnung für euch, wenn ihr das so mögt. Ihr müsst nur wissen, worauf ihr euch einlasst. Ich kann euch aber den Tipp geben, probiert doch mal aus, ein Steak irgendwo zwischen 57 und 60 Grad Celsius zu probieren. Dann habt ihr es nämlich Medium, Medium Well Done. Und das finde ich ist eine sehr, sehr angenehme Art, ein Steak zu essen. Vom Mundgefühl, von der Saftigkeit, von der Zartheit, von bisher. Alle Faktoren, finde ich dort, liegen dort im Optimum. Und deswegen kann ich euch das als die perfekte Kerntemperatur empfehlen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich euch an dieser Stelle wieder gerne darum bitten, mir ein Abo dazulassen. Ein Daumen nach oben hilft mir immer sehr. Und ein Kommentar freut mich ungemein. Ich lese immer noch alle Kommentare von euch. Wir haben mittlerweile Videos mit über 600 Kommentaren. Und ja, ich habe alle gelesen. Es ist natürlich ein Riesenaufwand. Und wenn ihr das ein bisschen honorieren wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei uns mal im Online-Shop vorbeiguckt. Wir haben nicht nur einen Online-Shop, wir haben gleich zwei. Und zwar haben wir einen für Grillzubehör. Dort findet ihr hier unsere Messer, den Messerhalter, Gewürzmühlen, Schneidebretter, handgefertigt aus Deutschland zu einem richtig guten Preis für solche handgefertigten Einzelstücke. Aber wir haben auch einen zweiten Online-Shop und dort verkaufen wir Gewürze, Soßen und so weiter. Auch die natürlich zu einem sehr guten Preis. Und wenn ihr mich und das ganze Team hier mit eurem Einkauf von euren Grillgewürzen und Soßen unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr in der Videobeschreibung einmal vorbeischaut und vielleicht eure nächste Bestellung dort tätigt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.